Was hast du jetzt vor? Ich werde nur den Knie schick hier trinken. Warum? Muss. Okay. Was machst du jetzt? Ich muss flüssig Nahrung zu mir nehmen. Okay, alles klar. Okay, Olaf, das erste Mal, ne? Erstmal. Ey, nimmst du dich im Mund, Alter. Du solltest dich verschlucken, die Scheiße. Einfach ansetzen. Und lass mal den Knie. Einfach ansetzen, so, und dann trinken. Zunge drin lassen. Und los geht's. Zunge drin lassen. Und los geht's, Olaf. Zunge drin lassen? Du meinst, die Zunge drin lassen? Nein, mach, lass, jetzt, guck mal, jetzt ist er da nervös mit der Zunge. Und jetzt loslassen, loslassen, die Finger. Trink, 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 trink. Jawoll. Ich sehe doch. Und? Und kommt da, kommt da, kommt da. Beuerschild, Beuerschild. Jawoll. Und, war okay, oder?